Mein Name ist Gellar Riddes. Ich bin jetzt seit nächstes Jahr, wenn es 25 Jahre in diesem Unternehmen bei ThyssenKrupp Stil beschäftigt. Ich leite den Bereich der Unternehmensplanung inklusive der Vertriebssteuerung. 300 Mitarbeitende und davon sind sechs Direktberichten an mich. Als wir den Kontakt hatten, wo sind wir eigentlich auf der fachlichen Seite unterwegs? Das ist der eine Teil, der läuft eigentlich relativ gut, kann man auch über Prozesse beschreiben. Aber irgendwann kommt das Thema zum Tragen, was machen eigentlich die Menschen? Weil du kriegst im Prinzip fachlich nichts umgesetzt, wenn du den Menschen nicht verstehst, wie die ticken, wie die arbeiten, wie die denken. Die größten Herausforderungen sind eigentlich im Moment in der Transformation, die nicht nur im Wohnen stattfindet, sondern auch bei unseren Kunden. Also gerade das Thema, wir liefern ja im Schwerpunkt sehr viel Material auch in die Automobilindustrie. Da kommt das Thema rein, Liefertermintreue, da kommt das Thema rein, Portfoliooptimierung. Das Ganze gemischt mit einer Unsicherheit, was passiert eigentlich auf der Marktseite. Gekoppelt mit möglichst kurzen Durchlaufzeiten, möglichst kurzfristig zu reagieren. Bei langen Fertigungsketten haben wir da eigentlich einen systematischen Konflikt. Und in der Weiterentwicklung, neben den fachlichen Themen, eben auch das Zwischenmenschliche zu verbessern. In der kurzlebigen Zeit, mit schnellen Entscheidungen kann es nur hilfreich sein, sein Gegenüber besser einschätzen zu können. Das Core Strengths, es hilft vielleicht in der Form, dass man bei dem Erreichen der Ziele sich selber bewusst ist, wo man seine Stärken hat und auf der anderen Seite, wo eben seine Schwächen sind. Wenn ich ein Development Center durchlaufe, ist das eine 1 zu 1 Veranstaltung, kriege ich selber danach die Rückmeldung. Aber ich kenne kein Format, wo man im Team das zeigt. Erstmal diese Transparenz zu haben, ist für alle ein totaler Aha-Effekt. Also wie ist die Verteilung in meiner Organisation? Was brauche ich eigentlich? Eine Mischung von allem idealerweise. Also es war jetzt keiner dabei, der sagte, boah, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten, da will ich nicht. Dass man einen riesen Zeitgewinn hat, in dem näher kennenlernen, aber auch zukünftig Prozesse zu beschleunigen. Weil man eben weiß oder besser weiß oder besseres Verständnis dafür hat, auf das Gegenüber. Wie muss ich den eigentlich ansprechen? Ich sehe die Wirkung, dass das Miteinander lockerer geworden ist. Dass die das nicht aussprechen, aber glaube ich immer, wenn sie was von dem anderen fordern und erwarten, sich immer in diesem Workshop zurückversetzt sehen und denken, na, was war das für ein Charaktertyp? Und damit wissen, wie sie ihn anzusprechen haben. Es war einfach wirklich ein Zusammenarbeits-Miteinander-Workshop. Und das macht sich bemerkbar. Und ich glaube, da hat mir dieses Thema Core Strengths extrem geholfen, mir und meiner Abteilung da nächsten Schritt zu gehen.